Moin zusammen, Fennek hier. In diesem Video zeige ich euch, wie in Horizon Forbidden West das Maschinenrennen freischalten könnt. Die Quest dafür bekommt ihr nämlich über ein Gerücht, welches man eventuell nicht mitnimmt. Fangen wir also an. Wenn ihr aus der Basis nach Westen geht, findet ihr direkt am ersten Lagerfeuer Ruka. Sie gibt euch die eben genannten Gerüchte. Damit ihr die Quest für das Maschinenrennen freischaltet, müsst ihr Ruka zweimal besuchen. Nimmt also das erste Gerücht an, portet euch woanders hin und kehrt zu Ruka zurück. Danach sollte sie euch das Gerücht um Maschinenreiter zählen, die anscheinend ein Rennen machen. Es kann auch sein, dass es das dritte Gerücht ist, weil ich hatte verplant, bei dem Gerücht die Aufnahme zu starten. Ich habe das Gerücht davor und eins danach, aber ich weiß nicht, ob nach dem ersten Gerücht, also als ich zum ersten Mal rauskam, noch ein Gerücht kam, bevor das Maschinenrennen-Gerücht kam. Aber ich glaube, das ist das, glaube ich, das zweite Gerücht. Also dauert nicht so lange, bis ihr das bekommt. Und die Quest, die ihr von Ruka dann bekommt, heißt Trockensehnsucht Maschinenrennen. Die Reiter, die ihr dann sucht und deren Spur ihr folgen sollt, laufen direkt westlich von euch längs, wie hier im Video zu sehen. Folgt ihr ihnen, gelangt ihr zum Startpunkt des ersten Maschinenrenns. Und sobald ihr dies dann bei Atta abgeschlossen habt, bekommt ihr die Quest für die nächste Maschinenrennen-Station. Guti, das war's auch mit dem kleinen Video, dann habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!